Markus, wir haben 2024 und wie letztes Jahr auch, wollen wir ein bisschen gucken, was uns die Medienwelt im kommenden Jahr bringen wird. Das beliebte Spiel der Prognosen sozusagen, die am meisten schief gehen. Kleiner Schlenker übrigens, das, was wir 2023 so gesagt haben. Da waren wir schon ziemlich gut im Rennen. Gucken wir mal, wie das in diesem Jahr wird. Lass uns mal erst über das mutmaßlich Größte aller Themen sprechen. Das hat zwei Buchstaben. Die Deutschen wären KI, ihr in den USA würdet sagen AI. Gibt es irgendeinen Zweifel daran, dass es das Thema ist, das uns begleiten wird? Nee, das ist das beherrschende Thema seit gut einem Jahr und das wird auch das neue Jahr 2024 total dominieren. Da gibt es überhaupt nichts und man sieht hier im Silicon Valley auch, wie immer mehr Startups gegründet werden, wie immer mehr Investorenkapital in dieses Gebiet fließt. Das ist unglaublich. Es kommt eine Art Revolution gleich. Sowas habe ich selten im Silicon Valley erlebt. Noch dazu mit dieser hohen Geschwindigkeit. Was siehst du als, sagen wir mal, die entscheidenden Dinge, die jetzt passieren werden oder passieren könnten? Also ich habe so den Eindruck, bis Mitte 2023 haben wir alle davon gesprochen, ach, da gibt es jetzt dieses Tool, Chat, GPT und das kann auch Texte schreiben. Dann kamen irgendwelche Schlaumeier, die gesagt haben, naja, so dolle sind die Texte ja gar nicht. Aber nach meinem Eindruck ist ja das Thema Texte schreiben eigentlich schon lange ein alter Hut. Also wenn ich mir angucke, was man in der Videoproduktion, in der Audioproduktion, in der Bildgenerierung etc. machen kann, das sind ja nahezu unfassbare Möglichkeiten. Siehst du drüben im Welle irgendetwas, was sich rauskristallisiert als das nächste große Ding in der KI oder geht es jetzt einfach in die Breite, in alle Lebensbereiche sozusagen? Ich glaube, letzteres, Christian, wird der Fall sein. Also wir stehen eigentlich noch ganz am Anfang dieser KI-Revolution, weil jetzt auf einmal die Gedankenspiele einsetzen. Was könnte man alles machen? Was ist überhaupt möglich? Und natürlich fangen auch die Startups an nachzudenken, wie kann ich meine Dienste so ausrollen, dass sie vielleicht auch für Bereiche interessant sind, wo richtig viel Geld zu verdienen ist, nämlich mit Unternehmen, also im B2B-Bereich. Das wird immer interessanter und was wir hier in diesem Jahr, im neuen Jahr erleben werden, ist natürlich auch ein riesiger Wettlauf. Hier gibt es die großen Spieler und es gibt einen kleinen David, das ist OpenAI in San Francisco, die zum Jahresende auf gerade mal etwas mehr als 700 Mitarbeitende kommen und die sind angetreten und treten nach wie vor an gegen diese Riesen. Also Google zum Beispiel mit Gemini oder Gemini mit seiner KI-Engine, die treten an gegen Amazon, die erst kürzlich mit einer eigenen KI-Version gestartet sind, die es nur im B2B-Bereich geben wird, also nur für Unternehmen. Aber auch Facebook mischt dort mit. Dann gibt es auch noch so jemanden wie Elon Musk, der eine kleine KI gestartet hat, Grog, ich halte das für einen riesigen Fake, was er dort veranstaltet, vermutlich eigentlich nur, um irgendwie sein Ex oder sein Twitter kofinanziert zu bekommen. Aber wir erleben hier große Unternehmen, die jetzt alle versuchen, sich in diesem Feld aufzustellen. Denn eines muss man auch wissen, also so sehr wir diese neuen Tools lieben und auch gerne nutzen, es ist ja unglaublich aufwendig, sie bereitzustellen. Es sind riesige Infrastrukturen nötig. OpenAI kann ChatGPT auch nur deshalb anbieten, weil eben Microsoft der Partner im Hintergrund ist. Also was in diesem Jahr besonders spannend werden wird, das ist eben so der Kampf um die Vorherrschaft beim Thema KI. Wir haben ja viele große Unternehmen, die dort alle reindrängen. Also wir reden hier von den Googles vor allem, von Amazon, von Facebook. Auch Apple ist jetzt mit KI, mit einem großen KI-Team gestartet. Man hat das Thema bei Apple wiederbelebt. Aber natürlich auch gibt es einen ganz kleinen David. Das ist OpenAI in San Francisco. Die kamen Ende 2023 auf gerade mal 700 Mitarbeitende. Also im Vergleich jetzt zu Google eine super kleine Klitsche. Und die führen sozusagen das Feld an mit weitem Vorsprung. Und dahinter kommt dann erstmal gar nichts. Und dann folgt Google, die aber jetzt im vergangenen Jahr uns eher enttäuscht haben. Wenn man sich mal zurückerinnert, Anfang 2023 mit ihrem Versuch, BART zu etablieren, ihre KI-Engine. Das ist ganz schief gegangen. Keiner hier nutzt BART im Silicon Valley, weil die so schlecht ist. Und jetzt hat man eben im vergangenen Jahr, Ende vergangenen Jahres, Gemini an den Start gebracht. Und hat dort mit Taschenspielertricks versucht, die Leute zu begeistern. Das ist dummerweise aufgeflogen. Das Video, das man zu Gemini gemacht hat, das nicht ganz der Realität entspricht. Aber trotzdem, was man sehen konnte, was Google dort vorhat, das ist natürlich schon groß. Und vor allem, was wir auf dem Schirm haben. Aber nach wie vor wird in diesem neuen Jahr das Thema KI nicht nur dominieren, sondern wir werden KI in ganz vielen Feldern sehen. Und vor allem, wir werden KI sehen, wie es Einzug hält bei den großen Unternehmen, die ja davor zurückgeschreckt sind, weil sie alle zu Recht Bammel gehabt haben. Was passiert, wenn meine Mitarbeitenden beispielsweise ChatGPT nutzen und irgendwelche Firmen internen Daten in ChatGPT eingeben, um sich dann quasi irgendwas herausdestillieren zu lassen. Denn ChatGPT und die ganzen anderen KI-Engines, die benutzen natürlich das eingestellte Material wieder. Die trainieren damit. Und da könnten dann Firmengeheimnisse flöten gehen. Aber trotzdem ist das Thema natürlich auch für Unternehmen interessant. Amazon ist dort im letzten Jahr genau in dieses Feld gestoßen. Amazon hat gesagt, mit AWS, unserer Cloud, da gehen wir gar nicht erst in das Privatkundenfeld rein, sondern wir konzentrieren uns wirklich nur auf die Geschäftskunden und bieten eine KI für Geschäftskunden an. Q heißt die, benannt nach dem schlauen James-Bond-Tech-Wizard, der James-Bond immer mit den besten Tech-Gadgets ausgestattet hat. Also bei Amazon gibt es diese Strategie. Google geht in die breite Masse. Open AI, und das werden wir in diesem neuen Jahr auch erleben, Open AI baut eine richtige Ökonomie rund um sein ChatGPT auf. Wir erinnern uns, damals, als das iPhone populär wurde und dann der App Store kam, da hat Apple auch eine Ökonomie, ein ganzes Wirtschaftsfeld um dieses Thema herum aufgebaut. Und genau das hat auch ChatGPT vor. Das wird auch Google natürlich machen. Im Moment ist aber ChatGPT und Open AI der unangefochtene Spitzenreiter. Leisten kann sich das Open AI aber auch nur, weil sie eben Microsoft im Hintergrund haben. Denn das ist auch ein Thema, was, glaube ich, im neuen Jahr wir uns genauer angucken werden müssen. Denn KI ist toll, ist faszinierend, aber es ist unglaublich teuer, weil riesige Rechenkapazitäten dafür benötigt werden. Und wer KI in so einem Umfang machen will, wie es eben die großen Konzerne tut, der benötigt riesige Rechenzentren verteilt um die Welt, große Rechenkapazitäten. Also da steckt nicht nur quasi die Programmierung von schlauem Code dahinter, das Trainieren der Engines, sondern eben auch riesige Serverfarmen. Und das können sich nur ganz wenige leisten. Wie sieht dann aus deiner Sicht, du bist ja auch so ein technischer First Mover, die Zukunft von all denen aus, die das Ganze anwenden müssen. Also sprich beispielsweise von Journalisten oder anderen Menschen, die in irgendeiner Weise was mit Kommunikation zu tun haben. Ist es dann aus deiner Sicht ein realistisches Szenario, dass wir künftig vor unserem App-Store für unsere KI sitzen, unsere persönliche KI zusammenstellen und mit der dann arbeiten? Ist es schon so weit, dass es ein Massenmarkt wird? Und vor allem eine Frage noch dazu, auch wenn ich weiß, man soll immer nie drei in eine packen, aber trotzdem. Ich bekomme, und das wird dir vielleicht auch nicht anders gehen, regelmäßig die Frage, macht uns KI irgendwann mal alle überflüssig? Sitzen nächstes Jahr unsere Avatare da, der Avatar Markus und der Avatar Christian und führen ein KI-generiertes Gespräch? Christian, was ich faszinierend finde, diese ganze Diskussion erinnert mich an all die Gespräche, die wir vor 15 Jahren, vor 10 Jahren geführt haben, als Social Media so populär wurde. Da wurde man auch gefragt, ja, muss ich das machen? Das kostet mich doch nur Zeit. Das ist doch eine Zeitverschwendung. Das bringt mir nichts. Heute diskutieren wir gar nicht mehr, ob wir jetzt präsent sein sollen in einem Facebook, in irgendwelchen sozialen Netzwerken, sondern wir mussten uns all diese Fähigkeiten zwangsläufig aneignen. Und noch dazu, wer im Bereich der Medien tätig ist, der kommt dort nicht umhin, denn ansonsten erreicht man seine Kundschaft ja überhaupt nicht mehr. Im Feld von KI ist es ganz ähnlich. Dort geht es vor allem darum, dass ich ständig lernen muss. Und ja, wir werden uns, gerade wer journalistisch arbeitet, der wird sich natürlich eigene Bots zusammenstellen müssen. Und einen ersten Einblick bekommen wir schon, gerade wenn wir uns Chat-GPT angucken, wo es schon möglich ist, dass man sich Spezialbots zusammenbaut, die aus den Daten, die man dort vorher eingegeben hat, schon trainiert sind, die auch wissen, in welchem Slang wir reden wollen. Und das wird immer größer werden. Und wir werden dort natürlich erleben, dass du dann auch für Dienstleistungen bezahlst. Also ich möchte jetzt einen ganz speziellen Bot haben, der beispielsweise mir hilft, wenn ich irgendwas an meinem Server aufsetzen möchte und ich überhaupt keine Ahnung habe, wie sowas funktioniert. Mithilfe dieser KI geht es schon jetzt sehr, sehr gut. Und dort werden wir eine Spezialisierung erleben. Und die dritte Frage war ja, werden wir überflüssig werden? Ich glaube, wir werden in 2024 ganz viele Tools sehen, die einem offerieren, checkt doch mal, ob dieser Text nicht von KI generiert wurde. Und mittlerweile und immer noch geht das relativ leicht. Die Berkeley-Universität hat zum Beispiel ein ganz tolles Tool herausgebracht, wo man überprüfen kann, ist dieser Text mit KI erstellt worden? Und der funktioniert auch in deutscher Sprache übrigens. Also dort werden wir solche Tools sehen. Und das bedeutet auch wieder, dass im Moment der Mensch, gerade wenn es um kreative Ideen geht, der KI weit überlegen ist. Ich weiß nicht, wie das in fünf oder in zehn Jahren aussieht, aber KI hilft uns, Fehler zu finden, Texte schnell zusammenzufassen, über Texte mal drüber zu gehen, zu sagen, hey, da stimmt die Satzstellung nicht. Das ist grammatikalisch, ist da was nicht ordentlich. Oder der Aufbau ist nicht logisch. Aber ich erreiche und ich werde meine Kundschaft oder Zuhörerin oder Zuschauer nur erreichen, wenn ich originell bin, wenn ich einen ungewöhnlichen Einstieg habe. Und wer Chat-GPT und andere Tools ausprobiert hat, wird feststellen, das ist zum Teil relativ wichtig, langweilig ist, wenn Texte zusammengefasst werden. Da ist keine Originalität drin. Ich erinnere mich immer so, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, der Spiegel war vor 20 Jahren super bissig, hat so eine ganz eigene Sprache entwickelt gehabt. Und dann, als der Fokus auf den Markt kam, ist das Spiegel-Magazin Mainstream geworden und ist nicht mehr ganz so überraschend, wenn es um die Wortwahl geht. Und ich glaube, wir Menschen sind nach wie vor und noch für einige Zeit KI deutlich überlegen, wenn es um Originalität geht. Das wird weiter dominierend sein. Aber in anderen Feldern werden mit Sicherheit Jobs wegfallen. Also ich werde in einem aktiennotierten Unternehmen nicht mehr ganz so viele Leute brauchen, wenn es darum geht, Quartalsberichte zusammenzuschreiben. Denn dort wird KI mir zumindest eine Basis liefern und dann wird Legal und noch ein paar andere Leute über diese Berichte drüber gehen, die ich dann, weil ich es dann an Behörden melden muss und an die Börsenaufsicht, weil das dann nicht mehr nötig ist, dass ich dort so viele Leute vorhalten muss, dass ich immer als Argument dann der KI-Befürworter höre, die sagen dann, na ja, dafür werden Arbeitsfelder frei, wo man dann vielleicht die Leute drauf ansetzen kann und wo man dann als Arbeitnehmer kreativer sein kann. Ganz so kaufe ich das den KI-Befürwortern noch nicht ab, ob das dann wirklich so kommen wird. Das ist aber das Argument, das dann immer gebracht wird. Aber in anderen Feldern wird KI natürlich ein Wumms tun. Im vergangenen Jahr, Ende vergangenen Jahres, hat die New York Times einen Direktor für KI-Tools installiert, um professioneller noch zu werden. Bei der New York Times gibt es die Auffassung, dass KI journalistische Arbeit nicht ersetzen wird, aber sie ist prima dazu geeignet, sie zu unterstützen. Das gilt nicht nur für den Journalismus, das gilt natürlich für alle Lebensbereiche, wo es darum geht, Texte zu erstellen, Ideen, Grafiken, Rechenmodelle durchzuführen. Also dort ist KI wirklich revolutionär. Aber wenn man das weiterdenkt, was du sagst, also ich bin komplett bei dir, aber wenn man das weiterdenkt, dann muss man ja eigentlich sagen, es wird höchste Zeit für Journalisten und gerade für junge Journalisten, die jetzt vielleicht am Anfang ihres Berufslebens stehen, sich zu spezialisieren und das zu werden, was du vorhin auch gesagt hast, nämlich origineller. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man, sagen wir, am Ende des nächsten Jahres noch irgendjemand braucht, der eine Routine-Pressemeldung schreibt. Du wirst niemanden mehr brauchen, zumindest in meiner Vorstellung, der dir das Fußballspiel Bayern-München gegen den VfB Stuttgart zusammenfasst, weil das kann eine KI. Also letztendlich alles das, was wir heute journalistische Routinen nennen würden, kann eigentlich eine KI. Was letztendlich wiederum bedeutet, wenn du als Journalist überleben willst, musst du deine Originalität schärfen, dir vielleicht auch ein spezielles Fachgebiet suchen und du musst etwas können, was eine KI nicht kann, oder? Auf das läufst du raus. Absolut, stimme ich dir voll zu und das wird, glaube ich, immer wichtiger werden, originell zu sein, wenn wir uns zurückerinnern, Einstieg finden, um eben Leute für unsere Inhalte zu interessieren, denn machen wir uns nichts vor. Viele andere werden KI natürlich nutzen. Da wird es und gibt es jetzt schon relativ viel Müll, der einfach automatisiert erstellt wird. Sich durch den durchzukramen, das ist aufwendig, das kostet Zeit und das ist auch oft langweilig. Also je mehr man sich unterscheidet mit eigenem Hirnschmalz, umso besser, weil dann sticht man aus dieser breiten Masse raus. Du hast vorhin noch einen Namen genannt, auf den wäre ich gerne noch zu sprechen gekommen. Du hast von Mr. Zuckerberg, von Facebook, genauer gesagt vom Meta-Konzern gesprochen, die jetzt auch irgendwie bei diesem ganzen KI-Tool mitgehen. Bei dieser ganzen Debatte des zurückliegenden Jahres finde ich es ein bisschen untergegangen, Metaversum, existieren da eigentlich noch irgendwelche Pläne? Also wenn du dir überlegst, was war das mal für eine Zeit, für ein Ding, wo man gesagt hat, jetzt kommt das Meta-Konzern und ich höre gerade gar nichts mehr. Du sitzt näher dran. Drückt mich mein Eindruck oder ist die Idee gerade ziemlich tot? Ich sehe da auch relativ wenig. Ich sehe immer nur, dass gerade diese Units, die sich um das Metaverse kümmern bei Meta, bei Facebook, dass die nach wie vor händeringend Leute suchen, die in dem Bereich tätig sind, aber so viel hat man dort im zurückliegenden Jahr von denen nicht gesehen. Das ist so ähnlich wie Bitcoin, wie die ganze Kryptowährungsgeschichte, die Blockchain, von der jeder geredet hat. Das ist alles in den Hintergrund mittlerweile getreten und jeder redet hier nur von KI. Im Moment ist KI sicherlich, aber auch für die kommenden Monate, ein Hype, ein Stück weit Hype. Aber ich habe so etwas selten hier in der Bay Area im Silicon Valley gesehen, das mit so viel Dynamik erfüllt war. Das ist sogar noch viel, viel stärker als damals, als die sozialen Netzwerke aufgekommen sind und populär wurden und dann rasend schnell wuchsen. Das hat hier nochmal eine andere Qualität. Also KI wird bleiben. Der Hype wird vielleicht ein klein wenig zurückgehen, aber das wird auch in diesem neuen Jahr das große dominierende Thema sein. Und ja, bei Meta hört man relativ wenig vom Metaverse. Da haben ja eigentlich nur die Facebook-Leute davon gesprochen. Da muss man mal gucken, was die im neuen Jahr an Brillen veröffentlichen. Vielleicht könnte das neuen Schwung verleihen. Da muss man auch mal gucken, wie sich Apple langfristig dort positioniert und dann schauen, ob das überhaupt ein Zukunftsfeld ist. Könnte es sein, dass dieses KI-Thema auch deswegen so groß ist, weil die anderen Dinge, die du ja jetzt auch gerade erwähnt hast, alles Sachen sind, die was für Nerds waren, aber eigentlich nicht für einen Verbraucher. Also ich sage dir ganz ehrlich, Krypto hat mich nie interessiert. Für Blockchain war ich zu doof. Und Web3 war auch sowas, wo ich da saß und sage, okay, ich verstehe es zwar nicht, aber ihr werdet schon recht haben, dass es irgendwie wichtig ist. KI ist aber jetzt eine Geschichte, die betrifft ja nur wirklich jeden in seinem Alltag. Dazu muss man nicht mal Journalist sein. Und ich habe so den Eindruck, das drängt deswegen alles in den Hintergrund, weil die Menschen instinktiv spüren, es hat das Potenzial, unser Leben komplett zu verändern, oder? Was soll ich dazu sagen, Christian? Ja, ich glaube, du hast recht. Die anderen Themen, das waren alles so Derivatthemen. Die waren nicht so richtig durchgegart. Und ja, da muss man mal reingucken. Das klingt vielleicht interessant. Da hat man sich so drüber weggeholfen. Und dann auf einmal kam im vorvergangenen Jahr Ende 2022 dieses kleine Unternehmen, das keiner so wirklich auf dem Schirm hatte, der sich im KI-Bereich auskannte, OpenAI. Und auf einmal haben die eine Welle losgetreten, von der vor allem die Freunde und Freundinnen von Google überrollt wurden, die bis heute noch, auf Englisch würde man sagen, strugglen, kämpfen, um dort sich auch einen Platz zu erobern. Wie ist es für dich persönlich, wenn du heute deine Sachen produzierst? Also KI, haben wir ja vorhin schon besprochen, ist ja für Journalisten viel mehr inzwischen als Text generieren. Also was mir zum Beispiel einfällt, ich nehme immer wieder viel Remote-Podcasts auf, auch mit Leuten, die nicht so toll ausgestattet sind wie du. Aber da hast du halt inzwischen eine KI, die macht dann eine Stimme daraus, dass du sagst, wow, der saß in irgendeinem halbwegs professionellen Studio. Ich benutze zum Beispiel eine Software, die dir ja alle Füllwörter, Amps und sonst was automatisch rausschneidet. Wie sieht es bei dir aus? Hast du KI in deinen Workflow, in deine diversen Workflows schon fest integriert? Klar, also gerade, wenn es um die Transkription von irgendwelchen Dingen geht oder was du erwähnt hast, um Dinge vorzuschlagen. Ich verwende es weniger auf der technischen Seite, wenn es jetzt um die Audio- oder Videobearbeitung geht, weil mir diese Tools noch nicht weit genug sind, weil es dort immer noch Unsauberkeiten gibt, Dinge, die nicht so richtig dann gemacht sind. Und da gibt es auch große Unterschiede zwischen den Sprachen, weil einfach Englisch die dominierende Sprache ist und nicht in jeder Sprache funktioniert KI gleich gut. Ich verwende es vor allem, um mir Dinge zusammenfassen zu lassen, um mir schnell einen Überblick zu verschaffen, um vielleicht auch Fehler zu finden, um zu recherchieren, sind diese Tools fantastisch. Ich schrecke davor zurück, mir Video-Content generieren zu lassen, weil, wie gesagt, die Qualität finde ich oft noch zu schlecht, nicht hoch genug, die Auflösung zu schlecht. Und ich glaube, wo ich viel Hirnschmalz versuche zu investieren, ist gutes Prompting. Das heißt, eine KI zu sagen, bitte schreibe mir das so zusammen, dass nachher auch ein halbwegs gewünschtes Ergebnis rauskommt und die KI nicht gleich einen Chat, den ich mit Chat-CBT hatte, zu löschen, sondern den erstmal in meinem Profil stehen zu lassen, weil ich weiß, die KI wird mit der Zeit besser, wenn ich da nochmal zu einem Thema Rückfragen habe oder sie mit neuen Inhalten füttere oder ein PDF hochlade mit irgendwelchen Inhalten, dann wird die KI auch schlauer. Also in diesen Bereich investiere ich und ich gucke eigentlich immer so, was gibt es an neuen Tools? Und man sieht eben, dass das bei ganz vielen Online-Diensten, die du und ich und die wir allgemein so bislang genutzt haben, dass dort auch KI Einzug hält, sei es jetzt bei Gmail oder bei Outlook 365, das wird ja in allen Bereichen kommen oder bei diesen ganzen Produktivitäts-Tools wie Notion, To-Doist, das gibt es mittlerweile überall und jeder muss sich irgendwie so ein Label draufschreiben und bei manchen, wenn man dann in die Tiefe guckt, sieht man, oh, die verwenden ja nur die API von OpenAI, sprich Chat-CBT läuft dort im Hintergrund und wollen dann aber 40 Dollar von mir im Monat haben. Das Gleiche kriege ich natürlich viel günstiger, wenn ich direkt zu OpenAI gehe, da zahle ich nur 20 Dollar im Monat. Weil du es gerade ansprichst, also meine Erfahrung ist auch, klar, du musst dich mit Prompting beschäftigen, gibt ja auch diesen schönen Begriff Prompt Engineering, nicht ganz umsonst, was aber letztendlich zu der Frage führt, müssen Journalisten künftig auch Prompt Engineering, naja, beherrschen können sie es noch nicht, weil wir da ja alle am Anfang stehen, aber lernen und muss Prompt Engineering vielleicht irgendwann mal Bestandteil von der Ausbildung, von einem Volontariat beispielsweise werden? Klar, das wird sicherlich sehr wichtig werden. Wir sind ja alle gewohnt, einzelne Worte in eine Suchmaschine wie Google einzugeben oder in Taktakt Go oder in andere oder in Bing und schreiben dann Jakubetz, Journalist, Bayern. Und dann finde ich dich irgendwie. Aber das ist alles natürlich oberflächlich und gespickt mit jede Menge anderen Inhalten, die unnötig sind und die ich nicht brauche. Deswegen übrigens hat ja Google so ein großes Problem und da geht denen so die Muffe, weil KI ist natürlich eine Bedrohung für Geschäftsfeldsuche. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, klar, muss ich zumindest Grundkenntnisse darüber haben, wie kann ich eine KI füttern, um zum jeweiligen gewünschten Ergebnis zu kommen? Und da stecken wir aber, glaube ich, noch in den Anfängen. Und da wird uns aber auch wieder KI helfen, gute Promes zu entwickeln. Also ich habe, mittlerweile gehe ich dazu über und sage der KI, was sie sein soll. Du bist ein Computeringenieur oder du bist ein Entwickler für Linux und musst mir jetzt sagen, wie ich auf Ubuntu, auf meinem Server, eine bestimmte Datenbank installiere. Bitte erstelle mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und da ist KI fantastisch. Da gibt es natürlich unterschiedliche Ausprägungen. Meine Erfahrung ist im Moment BART bei Google schlecht, Chat-CPT, OpenAI überragend. Ja, das ist mein Eindruck. Auch bei mir beginnt übrigens auch jeder Satz oder jeder Prompt inzwischen mit einer Rollendefinition. Ich sage, du bist jetzt das und das. Und ich habe übrigens für mich selber noch festgestellt, die neigen ja, das mag der amerikanischen Herkunft geschuldet sein, immer ein bisschen zu Euphorie in ihren Texten. Da ist dann immer alles gleich faszinierend. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt dieses Podcasts und beobachten Sie den einzigartigen Marco Schuler, wie er seine Prognosen für 2024 abgibt. Das wäre so eine typische Chat-CPT-Zusammenfassung. Aber wenn du ihm sagst, pass auf, wenig Adjektive, kurze Sätze, dann geht das schon. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Reporterfabrik hier in Deutschland hat eine Wolf-Schneider-KI programmiert, die halt dann tatsächlich nach den Grundsätzen von Wolf-Schneider über deine Texte geht und dir dann überflüssige Adjektive raushaut, etc. Also das nur schnell am Rande. Unglaublich. Fantastisch. Es ist halt wirklich, je besser du promptest, desto besser werden deine Ergebnisse am Ende des Tages sein. Markus, lass uns mal ein bisschen über noch einen anderen Großen der Branche reden, der im vergangenen Jahr für viele, viele Schlagzeile gesorgt hat. Der zwar jetzt auch wieder, du hast es vorhin erwähnt, im KI-Geschäft mitwirkt, aber immer noch sehr in der Debatte steht, wegen dem, was er aus dem früheren Twitter gemacht hat, das jetzt X oder X, je nachdem, wie man es ausspricht, nämlich Elon Musk. Ich glaube, wir haben letztes Jahr am Anfang schon darüber gerätselt, was wird Elon Musk machen? Im Ergebnis haben wir damals gesagt, man weiß es nicht. Ist das die Zusammenfassung, die man auch für eine Antwort für 2024 geben könnte? Weil ich sage dir ganz ehrlich, ich werde immer noch nicht schlau. Ist er jetzt ein Genie oder ist er einfach total doof? Ich weiß es nicht. Ich muss gucken, dass ich die richtigen Worte dafür wähle. Im Augenblick fallen mir nur Schimpfworte ein. Er ist beileibe kein Genie. Das haben wir spätestens jetzt gesehen. Wir haben gesehen, dass er politisch sehr weit abgedriftet ist. Eigentlich schon immer politisch auf dem äußersten rechten Spektrum war, aber das ist in diesem Jahr auch dem Letzten deutlich geworden. Wir haben gesehen, wie dünnhäutig er ist. Wir haben gesehen, dass alles nach seinem Willen gehen muss. Wir haben gesehen, dass er von Social Media und von der Wirkweise von Social Media Plattformen im Grunde keine Ahnung hat, dass er ein Egomane ist. Wir haben all die Dinge gesehen, die ich eigentlich nicht hätte wissen wollen über ihn. aber er hat sie uns so aufgedrängt, weil er, man sagt, glaube ich, hoffe das jetzt nicht allzu schlimm, wenn ich das on air sage, er ist mediengeil, will sich unbedingt immer in den Medien lesen und glaubt, er muss nach Israel fliegen und muss sich in irgendeinen Taiwan-Konflikt einmischen und glaubt, dass er dort der Heilsbringer ist. Das ist er nicht. Er ist manches Mal ein doch recht schlichtes Gemüt, beileibe also kein Genie und er ist besonders gut, wenn es darum geht, zu flunkern und Dinge zu übertreiben. Gut, das gehört hier im Silicon Valley mit zum Kerngeschäft, aber er setzt immer noch mal eines drauf und kündigt Sachen an, die er nicht hält und die er nicht verspricht. Und was macht er mit X? Wenn man das wüsste, man kennt nur so ein paar Rahmendaten, da X ja nicht mehr öffentlich notiert ist, kein Aktienunternehmen mehr ist, dass er natürlich Kredite bedienen muss. Er hat ja Geld sich auch von den Banken geliehen, weil er nicht so viel Geld auf der hohen Kante hatte als reichster Mensch der Welt, denn dann hätte er, das meiste seines Vermögens steckt eben in den Unternehmen, die er mitbesitzt, dann hätte er aber beispielsweise von Tesla Aktien weiter verkaufen müssen und das wäre verbunden gewesen mit der Gefahr, dass er die Vorherrschaft über dieses Unternehmen verliert und dann andere Leute quasi die Macht gehabt hätten oder die Macht hätten, ihn abzusetzen. Also da ist er in gewisser Weise gebunden und wir wissen durch eine Berechnung, die die Nachrichtenagentur Reuters im vergangenen Jahr durchgeführt hat, dass er, ich glaube, 1,3 Milliarden Dollar pro Jahr an Zinsen allein bezahlen muss, um den Kauf von, die Übernahme von Twitter zu finanzieren und dann muss man sich angucken, was er eben im vergangenen Jahr gemacht hat. Er hat die großen Anzeigenkunden alle verpräht, er hat ihnen den ausgestreckten Mittelfinger virtuell gezeigt, hat das auch verbal auf einem Dealbook-Kongress der New York Times Ende vergangenen Jahres getan und hat so Leute wie Bob Iger von Disney, die nach wie vor ihm ja noch etwas gewogen waren, hat auch die letzten Leute verpräht und die haben dann schlussendlich gesagt, die großen Markenartikel, die großen Werber, die großen Marketingagenturen haben alle gesagt, X ist kein Platz mehr, wo wir werben wollen, weil wir immer mehr erleben, wie neonazistische, faschistoide Inhalte dort auftauchen und zuletzt haben wir ja gesehen, dass er Ende vergangenen Jahres Alex Jones wieder auf die Plattform geholt hat. Das war einer, der in den USA behauptet hat, das Schulmassaker in Sandy Hook, wo, glaube ich, 20 oder 22 Kinder durch einen Amokläuf, durch einen verrückten Menschen gestorben sind, der behauptet hat, das sei so nie passiert. Also, man sieht, dass ein Elon Musk dort mittlerweile abgetrifftet ist, dass man ihn nicht mehr ernst nehmen darf, dass er in die rechte Ecke gegangen ist und darauf spekuliert, dass vielleicht ein Donald Trump in diesem Jahr die Wahlen gewinnen wird. Ich glaube, aber wir werden in diesem neuen Jahr schon noch erleben, dass endlich entschieden wird, wie es mit X weitergeht. Im Moment deutet viel darauf hin, dass X bankrott oder pleite geht oder dass er es schlussendlich wieder verscherbeln muss, weil er hat das Angebot in den Bankrott geführt und man sieht ja, täglich lese ich, wie große Twitter-Accounts sagen, mit Tausenden von Followern, Hunderttausenden von Followern, die sagen, ich möchte auf der Plattform nicht mehr aktiv sein, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, weil ich mein Produkt, meine Dienstleistungen, weil ich das nicht mehr mittragen kann, was dort an Unsinn verbreitet wird. Wollen wir doch wieder zu einem großen anderen Namen zurück, nämlich zu Suckerwerk und Meta, Ende 2023, ist auch in Europa, inzwischen bei euch in den USA gibt es das ja schon länger, eine Art Twitter-Klon gestartet, nämlich Threads. Die Idee ist im Prinzip Twitter nochmal neu gedacht. In den USA läuft schon eine ganze Zeit, in Deutschland ist die Zeit noch zu kurz, als dass man schon erste Analysen geben könnte, aber was ist deine Meinung? Wird Threads das sein, was ich jetzt vor kurzem mal in einem Mediendienst gelesen habe, die wichtigste Social-Media-Neugründung der letzten Jahre? Oder ist es einfach nur ein Twitter-Klon und man sagt, dessen Zeiten, vielleicht ist ja auch die Idee von so einem kurzen Ding einfach auch obsolet. Ich weiß es nicht. Was meinst du? Kommt natürlich darauf an, in welchem Feld man aktiv ist, ob man jetzt in den Medien arbeitet. Dort finde ich so Kurznachrichten immer noch sehr bequem, weil dort die Inhalte schnell aufbereitet werden, weil ich dort häufig aus erster Quelle erfahre, was Sache ist und dann erst später gehe ich zu irgendwelchen Sekundärquellen wie in der New York Times, wie in der ARD, in der Tagesschau, in der BBC, um mir dann die Inhalte in Toto dort anzugucken. Die Kurznachrichtendienste, die Zeit ist sicherlich nicht vorbei. Wir werden aber eine Diversifizierung erleben und das haben wir schon im vergangenen Jahr gesehen mit Mastodon, mit Blue Sky. Das sind so jetzt die drei großen Dienste, wo ich sagen würde, die hat man vielleicht auch nebenher. Man sieht ja in Deutschland, die Deutschen sind eher bei Blue Sky und bei Mastodon, das etwas zu kompliziert nach wie vor ist. Aber wir werden natürlich auch sehen, dass alle drei Dienste irgendwie kompatibel zueinander werden. Das hat ja auch Mark Zuckerberg mit Threads gesagt. Und der hat, glaube ich, die beste Ausgangsposition, weil er halt diese Basis Instagram mitbringt. Auf einen Schlag, als es hier in den USA im vergangenen Jahr gestartet ist, sind Millionen Leute dort aktiv gewesen, weil er quasi die User-Basis von Instagram zur Verfügung hat und gesagt hat, hey, hast du nicht Lust, rüberzukommen und einfach Threads zu starten? Und das haben natürlich dann viele gemacht. Und so ähnlich wird das in Deutschland auch sein in den kommenden Wochen und Monaten, dass dort Threads mit Inhalten und Leben gefüllt wird und dass das zu einem Twitter-Ersatz wird, zu einem Klon. Ich habe in den USA vor allem in den ersten paar Monaten, als es Threads gab, den Eindruck gehabt, dass man bei Meta mit angezogener Handbremse fährt, dass man nicht alles so kopieren könnte und alles so machen will wie bei Twitter. Das fand ich schade. Das hat das Wachstum vielleicht auch eingegrenzt, aber ich erlebe, dass immer mehr auch Medienunternehmen zu Threads einfach rüber wechseln, weil man dort bestimmte Qualitätsmerkmale hat. Und die sind nun mal heutzutage wichtig, dass eben so Verschwörungsunsinn dort relativ schnell bekämpft wird, Hassrede dort relativ schnell bekämpft wird. Das sind alles ja Dinge, die möchte ich von einem sozialen Netzwerk wissen, dass das im Hintergrund für mich gemacht wird. Was wird dann aus den anderen Großen? Also Facebook natürlich allen voran, die immer von irgendwelchen Medienleuten einmal im Jahr prophezeit kriegen, eure Zeit ist jetzt zu Ende und dann ist sie es wieder nicht. Also reden wir mal über Facebook, reden wir über Instagram. Was wird aus dem beiden werden? Und vor allem natürlich die Frage, wie geht es mit TikTok weiter? Wird das weiter in einem solchen Ausmaß wachsen, wird es die Medienwelt so stark beeinflussen, weil letztendlich ist das ja stilbildend. Diese ganze Art dieser Short Stories, dieser 30 Sekünder etc., die entdecken wir momentan fast überall. Was denkst du, haben die drei, oder reden wir erstmal von den ersten beiden, von den beiden Zuckerberg-Unternehmen, haben die eine Zukunft oder sind es Auslaufmodelle? Also ich weiß nicht, ob die noch Zukunft haben, ich denke schon, die gehören mittlerweile zu unserem Alltag, zu unserem Media-Set. Es wird, nicht jeder wird Facebook mehr nutzen. Viele werden sagen, ach, da reicht mir ein Instagram, das ist auch ganz spaßig, da habe ich auch mein Profil, aber Meta ist eben da breit aufgestellt und wird eigentlich nur bedroht und angeknabbert im Moment von TikTok. Da ist eben die große Frage, TikTok ist in den USA unglaublich beliebt. Das hat eigentlich hier fast jeder, aber zu Recht weist die US-Regierung immer darauf hin und sagt, wir haben eigentlich mit TikTok Bauchschmerzen, weil der Mutterkonzern ist in China und im Grunde, und das hat uns TikTok in der Vergangenheit ja auch immer wieder gezeigt, kann das chinesische Regime Daten von TikTok in beliebiger Form absaugen und Bewegungsprofile erstellen und ehrlicherweise wäre es mir lieber, wenn dann ein Google von mir aus ein Bewegungsprofil hat, weil das Land hier demokratisch kontrolliert ist und nicht unbedingt bei einem Regime wie in China meine Daten dann sind, die zum Teil ja auch in den vergangenen Jahren versucht haben, gerade die USA auszuspionieren mit Ballonen und so weiter. Also TikTok Bauchschmerzen, aber unglaublich beliebt und wir werden einfach erleben, dass es eine Vielzahl an sozialen, an etablierten sozialen Netzwerken geben wird, wo wir nicht alle sind und umso mehr wird der Ruf lauter werden, die Daten müssen austauschbar sein und wir müssen, wenn wir umziehen, unsere Daten mitnehmen können, unseren Freundeskreis mitnehmen können, unseren Kollegenkreis mitnehmen damit wir bei einem TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, wherever wir dann diese Daten wieder nutzen können und ich glaube, das werden wir vermehrt sehen. Vermutlich wird es dort auch politischen Druck brauchen. Von den Amerikanern erwarte ich mir dort nicht so sehr den Druck, aber die Europäer haben die Chuzpa dort Druck auf diese Unternehmen auszuüben. Man hat das ja im vergangenen Jahr mit dem KI-Gesetz gesehen, wenn die Europäer also hier auf die Zuckerbergs und Co. und die TikToks und die Googles Druck ausüben und sagen, hey, irgendwann brauchen wir so einen fest definierten Standard wie die DIN-Norm für soziale Netzwerke, das wird sicherlich ein Thema sein und das werden wir auch benötigen und all diese Netzwerke werden in friedlicher Koexistenz noch viele Jahre vermutlich bei uns sein. Markus, zum Schluss unseres kleinen 2024 Ausblicks. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir jetzt über wahnsinnig viele Dinge geredet haben, aber drei Sachen sind überhaupt nicht vorgekommen, was ich gar nicht schlimm finde, aber ich finde, es ist so bezeichnend für die Medienwelt, in der wir uns inzwischen bewegen. Wir haben nicht geredet von Zeitungen, wir haben nicht geredet vom Radio, wir haben nicht geredet vom Fernsehen. Gut, mag jetzt daran liegen, dass zwei alte Nerds wie wir beide über die Dinge reden, die für die Medienwelt, für die Entwicklung relevant sind, dann fällt mir auch von den drei alten analogen Medien, ich nenne sie einfach mal so, ist überhaupt nicht mehr die Rede. Jein, da würde ich dir gar nicht so sehr zustimmen wollen, also wir erleben es bei den Zeitungen natürlich auch, dass wir uns alle daran online lesen oder Texte über unsere Zeitung beziehen und die ausgedruckte Variante, die Hardcopy, die morgens im Briefkasten liegt oder vor der Tür liegt, dass die nicht mehr so wichtig ist, aber die Marke, der Brand, New York Times, meine Süddeutsche, meine FAZ, die spielen nach wie vor eine große Rolle, weil sie eben Marken sind, die als verlässlich gelten und sich auch in die Netzwerke und in die Digitalwelt ausgestreckt haben. Was das Fernsehen angeht, bin ich Netflix, aber auch andere Plattformen, die zum Teil auch nach Deutschland kommen werden oder in Deutschland schon sind, wie Disney oder Paramount, dass die immer größer und wichtiger werden und wir als Konsumentinnen und Konsumenten da nur noch Bock drauf haben, ach, ich möchte eigentlich wissen, was passiert bei mir in der Region und was passiert dann vielleicht in den Weltnachrichten. Ich glaube, bedroht sind diese Kanäle wie zum Beispiel ein RTL oder ein Das Erstes, weil die ein ganzes großes, breites Spektrum an Inhalten anbieten und nicht so sehr in die Nische gehen und vieles leider von diesen anderen Plattformen ja stattfindet. Also die werden sich vermutlich um sich zu retten dann in Live-Inhalte flüchten müssen, in Sportrechte, in so Live-Shows in Sendungen wie Big Brother oder Dschungel Camp. Darin werden kommerzielle wie öffentlich-rechtliche Sender ihr Überleben suchen, weil nur so stechen sie, können sie gegen diese anderen Plattformen erleben. Und was war das dritte Radio? Auch hier sehen wir ja, gibt es eine Ausprägung von Radio und das sind nun mal die Podcasts und die Radiomenschen sind diejenigen, die wissen, wie man ein spannendes, überraschendes Medium macht und die gibt es natürlich auch in anderen Ausprägungen in der Podcast-Welt. Vor allem in Deutschland sieht man das ja ganz gut, dass dort gerade Öffentlich-Rechtliche die Podcast-Welt dominieren, weil sie a. die Produktionskapazitäten haben, b. das Personal und c. das Know-how, Geschichten spannend und Radiophon zu erzählen. Radiophon, das ist wichtig für die Podcast-Welt. All das wird nicht aussterben, wir werden auch weiterhin Radio benötigen, weil es schnell ist und weil es einen gut informiert, gerade wenn man unterwegs ist, aber wir werden natürlich auch erleben, dass immer mehr Radiosendungen ihren festen Stammplatz in der Podcast-Welt finden und das übertragen, oh, das läuft heute Abend um 22 Uhr, kann ich beim Deutschlandfunk das Feature hören, das ist nicht mehr so wichtig und irgendwann werden wir vielleicht daherkommen und sagen, muss vielleicht gar nicht mehr über UKW oder DAB gesendet werden, sondern man ist natürlich viel glücklicher, wenn man das dann zeitsouverän abrufen kann. Dass dann immer noch mal Dinge passieren können, mit denen man gar nicht rechnet, da werfe ich nur in die Runde meinen Lieblingskauf des Jahres 2023, glaube es oder glaube es nicht, war ein Plattenspieler. Ich habe mir ernsthaft wieder einen Plattenspieler gekauft und bin jetzt mit diesen runden Scheiben, die man da drauflegt. Genau, mit diesen runden Scheiben, die man da drauflegt und das hat was. Erstens ist es wirklich ein wärmerer Klang und zweitens für mich ist es was zum Runterkommen, weil die Neigung ja in so einem Streaming-Dienst ist, den Titel anzuspielen und den und dann kannst du mal da noch reinhören. Mit meinem Plattenspieler nehme ich mir die Zeit, lege mir ein Album auf und dann lasse ich das einfach mal laufen. Ja, aber Christian, was ist da mit deinem 5.1 Sound im Wohnzimmer oder ich schalte dort YouTube an, einen Kanal, der mir ein Lagerfeuer, ein Kaminfeuer präsentiert. Dort sehe ich im Hintergrund auch einen per KI erstellten Plattenspieler, der smoothen Jazzmusik abspielt und so kann ich dann runterkommen. Ich muss kein CO2 vergeuden, muss nicht irgendwelches Zeug in die Luft blasen und habe hier alles fantastisch nach Hause gestreamt. Und am Ende des Jahres 2024, lieber Markus, werden wir uns diese Folge nochmal anhören, werden dann feststellen, okay, wir lagen super richtig oder vielleicht werden wir uns auch köstlich amüsieren und sagen, oh mein Gott, was waren wir unwissend und am Anfang des Jahres 2025 treffen wir uns wieder hier zu Satzzeichen für die nächste Prognose. Für heute sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für unseren Mann für die Zukunft in San Francisco, Markus Schuler. Markus, herzlichen Dank an dich.